Montag 11.12.2017, 7.05 Uhr, drucken Nutzungsrechte-Feedback, kommentieren Eif, Type of Adi, gleich undefinit, adi.ad, brandet-chanl-teaser, die australische Regierung will den Einfluss von ausländischen Staaten eindämmen und hat dabei besonders China im Blick. Premierminister Malcolm Turnbull bekräftigte erst am vergangenen Dienstag, dass es für Ausländer künftig nicht mehr möglich sein soll, für australische Parteien oder Aktivistengruppen zu spenden. Zudem will er durchsetzen, dass sich ehemalige Politiker registrieren müssen, die von ausländischer Seite für Lobbyarbeit angeheuert werden. Eif, Type of Adi, gleich undefinit, adi.ad, outstream, Eif, Type of Adi, gleich undefinit, adi.ad, Mitte unterstrich 1, Turnbull, sagte dabei ausdrücklich, die Maßnahmen würden nicht speziell mit Blick auf China, erlassen. Das wird im Land allerdings bezweifelt. Und das liegt auch an Sam Dastieri. Der Senator der Laborpartei, Bank derzeit um seine politische Karriere, Medien hatten berichtet, Dastieri habe den chinesischen Spender Huang Xiangczmo gewarnt, dass Geheimdienste möglicherweise sein Handy abhören. Dastieri dementierte die Berichte nicht. Er sagte aber, man habe nur Klatsch ausgetauscht, er habe gar keinen Zugang zu Geheimdienstinformationen. AP Sam Dastieri Turnbull fragte kurz darauf den Laborpartei-Chef Bill Shorten, ob er denn denke, der Job seiner Partei bestehe darin, mit den Geheimdiensten zusammenzuarbeiten, um für die Sicherheit Australiens zu sorgen, oder ob der Job nur darin bestehe, Australien zu verkaufen. Turnbull sagte auch, er nehme Berichte sehr ernst, wonach die kommunistische Partei Chinas Versuche, Einfluss in australische Angelegenheiten zu nehmen. Kräfte aus dem Ausland würden bisher nie dagewesene und zunehmend raffinierte Versuche unternehmen, politische Prozesse zu beeinflussen. Eif, Typio Fadi, gleich und